Augusto Dunum ist der latinisierte keltische Name der antiken Stadt Hotei, gebildet aus Augustus, dem Namen des ersten römischen Kaisers, und dem keltischen Wort Dun. Die in Gallia Lugdenensis gelegene Stadt wurde 16-13 v. Chr. von Kaiser Augustus am Etiuvaros gegründet und lag an einer der Hauptverbindungsstraßen der Heduär, deren wichtigster Ort das unweit gelegene Bibracte war, die Straße Verband Bibracte mit Kavillonum. Rom wollte mit dieser Gründung wohl seine Macht demonstrieren und das mächtige Obidum von Bibracte schwächen. Die später zur Civitas Edurum, Hauptstadt der Heduär, aufgestiegene Stadt, wurde zu einem administrativen, wirtschaftlichen, politischen und geistigen Zentrum römischer Macht ausgebaut. Augusto Dunum ersetzte an Bedeutung Bibracte, das noch für Cäsar und Strabon die älteste und bedeutendste Stadt der Heduär war. Keine Stadt mit Ausnahme von Lugdunum konnte mit Augusto Dunum, das der Titel Zorro und Emularum eschmückte, verglichen werden. Baudenkmäler Siehe auch, Liste der Monuments Historie Quasenote aus der Galore römischen Zeit, Stadtmauer auf römischen Fundamenten errichtet. Antike Stadttore Porte Daru und Porte Saint Andre, sogenannter Janus-Tempel, wurde irrtümlicherweise dem Gott Janus zugeordnet, eine Tafel an dem Gebäude präzisiert. Die besondere Form des Tempels, Phanum genannt, ist gallischen Ursprungs. Nur die Steinmetz-Technik ist römisch und datiert aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, der Name Janus wurde falsch mit dem Tempel assoziiert. Als im 16. Jahrhundert der Historiker Pierre de Saint-Julien den Namen des Ortes interpretierte. Tatsächlich bezeichnete dieser Ortsname eine Lokalität, wo Ginstersträuche wuchsen. Die Gottheit, die hier verehrt wurde, ist bis heute völlig unbekannt. Römisches Theater mit einem Durchmesser von 148 Meter und ca. 15.000 Zuschauerplätzen, die Orchestre sowie einige Ränge wurden freigelegt. Römisches Amphitheater